So, da sind wir wieder zurück mit einer kleinen geheimen Aufgabe, nämlich, wir haben ja schon mitbekommen, Klombo soll ja wieder auf der Map sein. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich bin ja auch gerade eben erst heimgekommen. Mach für euch die Aufgabe, aber ihr habt es schon gesehen. Wir können jetzt die Klombo-Bären wieder einsammeln. Und das gibt halt dann auch wieder schön leckere XP, nehme ich mal an. Ich habe sie jetzt noch nicht alle gefunden, ich habe nur gerade den Busch gesehen. Deshalb bin ich ganz schnell hin, habe direkt auf Aufnahme gedrückt. Aber wir können die auch in normalen Kisten finden. Da habe ich sie nämlich eben auch schon mal zufällig gefunden. Und ihr seht es jetzt noch mal gerade, Aufträge, warte mal, sieht man sie? Tägliche Meilensteine? Ne, da haben sie ganz versteckt. Also man sieht die Aufgabe nirgends. Aber ihr wisst ja, wenn ihr hier diese Büsche findet, hier war schon wieder einer schneller als ich, da hängen die anscheinend jetzt auch dran. Ich bin ja gerade ein Gruppenkeil, ich suche eigentlich nur die blöde Infrarotwaffe. Aber ich finde gerade keinen. Ich muss gleich mal gucken, welcher Händler die hat, dann kaufe ich sie mir halt einfach. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur sagen, sammelt die Klombo-Bären auf, gebt auch wieder ein bisschen XP. Der eine oder andere muss ja noch ein bisschen leveln. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, würde mich freuen. Und in dem Sinne, haut rein! Und in dem Sinne, haut rein! Vielen Dank.